Was ist passiert? Alles in Ordnung. Ich frag mich mal, wie viel Fahrräder du schon platt gemacht hast. Sag mal, wofür hältst du mich? Vielleicht für die Frau meines Lebens. Felix? Ich vermisse uns. Ich vermisse dich und mich. Kathi, du musst heute mein Existenzgründer-Seminar übernehmen. Aber das ist schon eine halbe Stunde. Ich weiß. Zeitmangel als Chance. Brauchen Sie Hilfe? Nein. Ich würde mal ganz gerne demonstrieren. Ich hatte schon zwei Kaffee. Und von der Psyche her habe ich auch überhaupt gar keinen Durst. Von der Psyche her? Habe ich gerade gesagt, ich habe von der Psyche her keinen Durst? Ja. Kathi, ich muss dich sehen. Ich muss die ganze Zeit an dir denken. Was aber nichts bedeutet, weil ich ja verheiratet bin. Was ist denn heute für ein Datum? 26. April. Welches Jahr? 2011. Kathi. Also ich habe schon mal in der Zukunft gelebt. Du, ähm... Im Grunde genommen habe ich ihn noch gar nicht kennengelernt. Ich wünsche dir ein wunderschönes Leben. Matthias, Felix, was denn nun? Rot oder grün? Voll! Wenn das Schicksal einem die Chance gibt, alles besser zu machen, dann sollte man das doch machen, oder? Ach, Kathi. Haben Sie sich wehgetan? Nee, halt. Das funktioniert doch nicht. Hatten wir doch schon mal. Hatten wir schon mal? Da? Ja. Da? Da? Da?